Ich bin auf dem Grund eines verdammten Brunnens neben einer Leiche aufgewacht. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Darüber hinaus habe ich einige beunruhigende Beweise gefunden, dass ich mit Nicholas Hyde verwandt bin. Ich fand sie im Auto eines Sheriffs, in Anführungsstrichen, den Emma gerufen hatte. Emma ist meine Frau. Ich habe genug von all diesem Mysterien und verdammten psychologischen Psychospielchen. Ich muss es endlich schaffen, Fakten von Fantasie zu trennen. Hallo Agri, grüß dich. Also, wir waren jetzt gerade in Nicholas. Und jetzt springen wir wieder in das Hier und Jetzt, in die 70er Jahre, zu Adam. Ja, beim Bruder, ne? Oh fuck, don't do this to me now. Wo bin ich denn jetzt? Äh, 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 ja. Ich bin im Auto. Ja, beweg dich. Äh, schwimmen. Tu was. Ich würde ja sagen, mach die Drecks Tür auf, aber... Funktioniert ja gut. Ähm. Biete mir etwas an zu tun. Ah da, da war was. Kann ich das drehen? Kann ich das schieben? Irgendwas. Ey, ich befürchte. Vor dem Tro... Äh, sterben ist... Nach dem Sterben ist vor dem Sterben. Kannst du das bitte anpeilen? Wieso macht er den Bums nicht auf? Ja, da wir eh stemmen werden, gucken wir uns nochmal kurz hier um. Das sieht nicht gut aus. Wir scheinen das tatsächlich als einzige Möglichkeit zu haben. Und sich wundert, warum man kein... Lass es mal werfen. Okay. Die Fensterhebel geht nicht. Ne, die Fensterhebel habe ich geguckt. Konnte ich nicht machen. Ich befürchte, wir müssen durch diese Luke schwimmen. Aber ich konnte die nicht aufmachen. Ja, also ich musste scheinbar dahinter irgendwas bewegen. Und das anzuvisieren war jetzt nicht einfach, muss ich sagen. Oh, fuck! Geh das jetzt mit mir jetzt! Stopp! Ja. Okay. Die Entführung. So, können wir das jetzt aufmachen? So, ich kann das hier wieder nicht anpeilen. Achso, kann man das vielleicht... Ah, das ist eine Knarre! Jo, die Knarre können uns vielleicht helfen. Oder auch nicht. Ja, wir kommen halt nicht dran, ne? Selbst wenn wir dran kommen, ich wüsste nicht, was wir machen sollten damit. Der Hebel geht nicht. Der auch nicht. Der Hebel geht nicht. Ihr auch nicht. Es muss hier gelöst werden. Und es geht nur hier drüber. Den hast du eben von dir runtergehoben, oder? Ja, da war so eine Hand zum Greifen, genau. Aber die Hand zum Greifen zu erwischen war schwer. Und du bekommst dann etwas zu greifen, was dahinter liegt. Ja? Aber selbst dann weiß ich auch noch nicht mal, was ich damit machen soll. Was glaubt ihr? Also eine Idee wäre zum Beispiel, keine Ahnung, damit die Fensterscheibe kaputt machen. Oder wenn... Als ich die Knarre gesehen habe, fand ich... Okay, Knarre... Klingt jetzt für mich erstmal legitim. Denk nicht so viel einfach machen. Danke, Sandy. Das hilft mir sehr. Einfach machen. Und das funktioniert halt gar nicht. Irgendwas. Ich denke auch, dass es noch irgendwas ist. Ich müsste irgendwas noch nehmen können hier. Irgendwas, was hier in dem Teil noch ist. Aber ich sehe nichts. Weiß ist einer, wie man hier weiterkommt? Durch den Spalt an die Knarre geht nicht. Das Ding ist, ich würde das gerne irgendwie auseinander drehen, ne? Rechts neben dem Radio habe ich nichts gefunden. Ich glaube, da war ein Symbol. Rechts neben dem Radio. Ich habe das versucht, mit dem Müllsack die Knarre näher heranzuschieben. Es hat nicht funktioniert. So, wir können das nochmal probieren. Hier, das ist... Ah, doch, da war was. Was wurde dem Inventar zugefügt? Ah, Janice, das war sehr gut. Dankeschön. So, jetzt geh weg. Wir wollen die Knarre. Ähm... Ich hinterfrage das nicht. Danke, Janice. Warum haben wir eine Leiche im Auto? Interessante Frage. Nö, mich beunruhigen die Körperteile nicht. Ich habe nie gedacht, dass er so etwas tun würde. Es sind nicht nur die Schläge und die Messungen, er will, mich zu verhindern. Emma, sie hat zu Hause und er ist da mit ihr. Ganz kurz, ganz kurz. Ganz kurz. Ähm, war dabei, Emma, unsere Frau, umzubringen. Und Emma sagt, wie kannst du es wagen? Du hast Adam umgebracht, bla bla bla. Wir sind davon ausgegangen, jetzt war Evelyn. Nehmen wir an. Das ist der Kopf und die anderen Teile waren jetzt da. Und wir kommen im letzten Moment rein und retten sie. Einfach nur nochmal als Idee. Okay? Einfach mit dem Kopf behalten. Und wir sind quasi jetzt auf der... Ähm, geh es los und retten sie. Bevor der Sheriff oder Detective oder der Typ sie umbringen kann. Oder wir sind der mit der Axt. Maybe. Ich schließe hier nichts mehr aus. Das Haus, Emma. Nur ein bisschen mehr. Ich kann es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Los, hol die Spicke raus. Reiner, raus da. Let's go. Lauf. Lauf, mein Freund. Adam. Rette deine Emma und dein ungeborenes Kind. Die nicht mehr. Die sind nicht mehr zu retten. Los. Was ist passiert? Woher kommt es? Woher kommt es? Das hinterfrage ich erstmal nicht mehr. Da ist unser Haus. Das sieht eher aus wie... Wer bist du? Das ist der Vater von Niklas. Der Typ mit der Maske. Was passiert hier? Emma? Emma, sind Sie hier? Finde Emma. Wir probieren erstmal oben rum. Bevor wir unten rum probieren. Die Tracer sind nach dem Basement. Äh, doch Keller. Na toll. Ach, die Spuren hier. Ja, sorry. Ich habe die Blutspuren natürlich übersehen. Ja, weil es immer in diesen Dreckskeller geht. Ich hasse Keller. Ah. Sie gingen diesen Weg. Er kennt dieses Haus besser, als ich. Mhm. Natürlich, Keller. Natürlich. 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 Ich werde mir einfach keinen Reim darauf machen, wenn das maskierte Mann nicht mein Vater ist, sondern dessen Mörder. Wer ist er dann? Wer hat all diesen Menschen so viel Leid zugefügt? Hatte mein Vater ein weiteres Kind? Ein Bastard, den er vor der Welt versteckt hielt. Es ist an der Zeit, ihm endlich die Maske vorm Gesicht zu reißen. Sehe ich auch so. Ja, multiple Persönlichkeiten. Jimmy lässt grüßen. Er dead of night. Ja, ich bin unterwegs. Wer bist du? Du wirst mich nicht mehr beurteilen. Da kommen wir nicht mehr. Da kommen wir nicht mehr. Wir enden das heute. Ja. Warten kann der auch nicht. Hallo? Wir sind halt nicht so schnell. Äh. Ja. Hallo. Aber jetzt nicht weg. Ja, ich würde gerne da rein. Da blinkt nicht was? Nein. Äh. Petroleum? Nein. Der chillt da einfach seine Nuggets da oben. Ja, wir sind wieder Niklas. Genau. Wir sind jetzt wieder in der Vergangenheit. Er weiß, dass er die bessere Position hat. Ey, yo. Sieht wieder rot aus. Warum rot? Oh, wir sind wieder oben. Hier haben wir ja einen epischen Fight gehabt. Und der Mann mit der Maske hat uns gerettet. Ich mag den nicht, ja. Paula spüre ich. Ja, natürlich. Natürlich ist es ein weiterer Keller in die Mine. Nochmal kurz zur Erinnerung, ja. Das hier ist ein Hotel. Und wo gehen wir hin? In eine Mine. Oder, besser gesagt, in einen Keller. Ich hatte Keller. Wie ist das möglich? Was ist mit mir passiert? Das ist eine gute Frage. Hallo, Nakaomi. Grüß dich. Ein Wirtshaus. Ja. Laufe tiefer in die Höhle hinein. Danke für das. Norton. Wie, am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this. It was him, Jacob. It was him. Oh, mine. That was also him. I'll get you out of here. And you'll tell me everything. Hold on. Oh, my God. Oh, my God. He's back. Ähm, ja. Ich war da das Niklas Bruder. Wir sind für grünen Männer. Sie gehen tief unter der Erde, und schweißen in der Nacht, um die Oer aus der Erde zu entfernen. Ihr habt nur in ihren Weg. Okay. Warum kommt es mir alles zurück? Ich muss raus. Ja. Okay. Ich will einen Weg, die Mine zu verlassen. Ähm, wir brauchen da oben scheinbar die Pike. Wir haben mehrere Wege. Eins, zwei, drei, vier Wege. Vier Wege führen nach oben. Ähm, wir nehmen den... Warum nicht denn hier? Ähm. Das sieht so aus, als ob das auf dem Kopf stehen würde. Rotieren wir es. Lassen wir es uns rotieren. Oder auch einfach mal nehmen. Was passiert, wenn ich da runterfalle? Wollen wir es probieren? Ja. Ja, ist richtig gut. Okay, war vielleicht nicht ganz so klar. Wir wollen ja raus. Raus ist nach oben. Wir sind hier gelandet. Und... Da oben war die Pike. Wir haben eine Pike. Mh... Da sind wir lang. Lass mal hier lang gehen. Ja, sieht aus wie ein multidimensionaler Raum. Äh, spüre ich. Hier war ich. Hier habe ich die Pike genommen. Ich bin runtergegangen. Gehen wir jetzt nicht. Wir gehen hier, wo beide Lampen sind. Angemacht. Alter, du hast nicht viel verpasst. Was ist denn auf die los? Wir sind wieder hier. Wir sind da rausgekommen. Wir sind da reingegangen. Dann gehen wir mal hier lang. Also Richtung Osten. Ja. Okay. Wir sind im Kreis. Wir landen im Kreis. Okay, verstehe. Also wieder runter. Gibt es eine Notiz? Ui. Das ist Sump. Das ist auch Sump. Boah. Im Raum. Ich habe keine gesehen. Wir haben aber jetzt auch fast alle durch. Hier sind wir noch nicht lang. Komm mal an. Sind wir da wieder rausgekommen? Okay. Da sind wir noch nicht lang. Lüge. Das ist Kapitel 11. Ich hätte tatsächlich gerne irgendeine Notiz. Eine Karte. Irgendwas, was uns einen Plan gibt. Was wir tun müssen. Wie auch immer wir auf X gekommen sind. Ah. Ah. Äh. Ah. Ah. Hm. Hm, 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 hm. Billy überhaupt ist Kapitel 12. Maybe. Ich möchte mich nicht gegen Billy stellen. Ich würde gerne irgendwas finden. Kartenmäßig. Oder. Hinweismäßig. Mhm, hm, hm, hm. Ich spüre mal runter. Gucke, ob im Boden weiße Bretter sind. Sind das weiße Bretter? Ui. Nö. Nö. Torta. Ich hab dazu, was Nö. Das Y escape.